So erfolgreich, dass die Stadt uns einen neuen Bus bezahlt, setzen wir ihn auf einer der bestehenden Routen ein. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Folge 4 Bus Simulator Next Stop 21. Der Ding spielt das hier auf dem PC. Ja, wir haben heute die Aufgabe, uns einen neuen Bus zu kaufen. Ähm, das machen wir jetzt mal. Äh, weise den Zitaugen, das haben wir, fahr eine beliebige Route, bis du einen Zahltag erreichst. Achso, das ist jetzt natürlich, jetzt habe ich falsch, egal, ähm, dann machen wir folgendes, das wird jetzt natürlich weniger clever. Ähm, das wird jetzt natürlich weniger clever. Äh, hätte ich vielleicht erst mal schauen sollen. Äh, dann machen wir folgendes. Dann machen wir folgendes. Dann machen wir folgendes. Jetzt habe ich natürlich Bock gemacht. Da ist ein Bus heute stille. Da ist ein Bus heute stille. So, wir sollen nämlich so lange weiterfahren bis wir den Zeitstag erreicht haben. Und das machen wir jetzt. Hä? War da falsch rum? Ja doch nicht. So. 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 ah. so. die Karte... ausbauen. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Ja, das machen wir, wir sind ja noch nicht am Ende. Das machen wir. Warum bremst der Vogel denn? Ah, ey. Wieder Reparaturkosten, der ist so zum Katzen. Ich weiß nur gegen diesen Idioten, der da mitten auf der Straße auf einmal voll in die Bremse geht. So, auf dieser Haltestelle können wir ausbauen. So. Natürlich, du möchtest ein Seniorenticket. Tageskarte, einmal... Ich spreche gern mit meinen Enkeln über ihre Videospiele. Da fühle ich mich wieder jung. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte. Einmal 0 Euro. Ich brauche eine Fahrkarte. Das war das. So. Das war das. Das ist leider mit diesem Bus nicht möglich. So. Da ist die nächste Haltestelle. Meine Güte. So. So. Dann werden wir jetzt erstmal hier die Haltestelle ausbauen. Dann werden wir jetzt besitze eine perfekt ausgeglichene Route zwischen den Stadtteilen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. Erhalte einen Zahltag auf eine Route zwischen den Stadtteilen Oakwood, West Oakwood und Highlander Park. So, das heißt, äh, Lincoln Street, West Highlander Park, Moment mal, neue Route erstellen, ähm, Oakwood, also West Oakwood, also wir brauchen erstmal Oakwood, West Highlander Park, da unten ist Oakwood, Route erstellen. Cool. Habe ich ja schon. Ähm, unten ist Oakwood. Also hier. Ja, will ich ja... True. Drücke drauf auf Umgnome oder... So. Hier fangen den Oakwood an würde ich sagen. Und dann... Zack. Und dann bist du auch gut. Zack. Auch gut. Auch gut. Das machen wir hier. Ach, Mann. Die Rücken-Nachfragen weiter... Diese Rücken-Nachfragen... Diese Rücken-Nachfragen... Diese Rücken-Nachfragen... Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Noch einen Tag. Dann habe ich endlich frei. Ah, jetzt verstehe ich... Moment mal... Äh... Die machen wir erstmal weg. Wir machen erstmal die roten weg. Machen erstmal die roten weg. 5 muss ich noch weg machen. 5. So. Ah, wie funktioniert das denn hier? Meine Güte, das ist echt nicht einfach. Oh nein, ich hab die Prüfung morgen total vergessen. Ich versteh das nicht. Sorry, ich versteh das nicht. Gut erstellen. Das ist ausblanziert. Wir müssen unbedingt mal nachts zum Leuchtturm. Ich hab gehört, der soll im Dunkeln fantastisch aussehen. Wir müssen schon verstehen damit. Ich versuchze auf die Hände. Wir müssen dich ab. Wir müssen dich ab. Wir müssen dich ab. Okay. Sorry, ich wurde gerade ein wenig gestört, deswegen musste ich kurz abbrechen. Ich bin wieder da, ich habe mittlerweile auch die Route zusammengekommen, habe es mittlerweile geschafft. Fahrzeuge automatisch zuweisen, ja. Was möchte ich? So, was müssen wir denn jetzt machen? Erhaltet einen, achso, jetzt müssen wir den Route fahren. Genau, dann machen wir das nämlich hier wieder zu. Äh, Moment mal, müssen wir jetzt noch die Busrouten, Routen, jetzt fahren, mit dem Mercedes-Benz, ja. Äh, okay, wir müssen da, äh, es schneicht irgendwo einer. Ich spüre, ich habe gestern einen Puma-Schnurren hören. Hier muss ich raus. So, dann wollen wir mal hoch. Nächster Halt, Marina. Dann fahren wir jetzt mal unsere Route, unsere neue Stellte, also das mit den Routen erstellen, das muss ich mir echt noch angehören, das ist noch nicht so einfach für mich. Aber auch das werde ich schaffen. So. 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 rot wie ihr seht das dürfen wir das war schon unsere erste haltestelle das ist die tram zwei tage noch die ist verfügbar der aussteigen ich hab mir kürzlich selbst ein bernschub über den kopf geht es in johannes kiel karte 9 euro so ich kann das wochenende kaum erwarten so Ahhhh, irgendwo muss hier ein Weltgegenstand sein. Aber wo? So, da haben wir ihn. So, das ist natürlich wieder Zeit gekostet, das ist typisch. So, so, der Schilder ist hier, der Schilder ist hier, der Schilder ist hier, der Schilder steht da und wartet, warum auch immer. Na komm, dann steigt ein. So, Fahrkarte möchte keiner, gut, dann machen wir das ganze wieder zu. So, unsere erste eigene, unsere erste eigens zusammengestellte Route. Da sollen wir fahren, bis wir den Sightark erreichen. Ja, wieso, wir haben doch unsere Haltestelle, wo wir anhalten. Hä, verstehe ich nicht. Sous, Amador. Boah, ey, weiß ich doch jetzt nicht. Sous. Ich möchte in Arnolds Freizeitpark alle Fahrgeschäfte ausprobieren und alle Attraktionen sehen. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Ja. Das war richtig. So, der möchte hier eine normale Fahrkarte, Tageskarte einmal. Danke. Bitte. Ich bin letzte Woche über die Hummingbird Bridge gefahren. Die Aussicht war großartig. Ja, wir haben die Endstation schon erreicht. Sehr schön. So, wir fahren natürlich noch weiter, weil wir den Zeitakt noch nicht erreicht haben. Das müssen wir ja erreichen. Ja. So. Kommen wir jetzt zur Marina. Der erste Haltestelle. Ne, alle aus. Hier links. ja auch noch nicht fahr ich denn heute da vorne ist unsere erste haltestelle ich glaube b war genau b war scheibenbescheid ich möchte keine aussteigen, einsteigen gut die haben sie ja wohl fahrkarte lorida avenue ist die nächste so, da kommt schon oh, gewitter jetzt gehts auch richtig ab hier jetzt gehts aber richtig ab jetzt haben wir hier einen amtlichen sturm ist ordentlich am plästern da stehen die erschaffen schon mit schirmen einfache fahren ja, wohl ja, Signorenticke, Tageskarte, Austro, 4,16 Euro so, Tür zu so so hier rein so das haben wir geschafft ja, was haben wir jetzt zu tun wo war jetzt die Lackiererei 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 Warum habe ich keinen Bus? Ach das ist doch scheiße. Moment mal. Machen wir anders. Machen wir anders. Machen wir anders. Brauchen wir den Zitaro K? Oh scheiße Mann. Kriege ich dir erstmal einen Bus hier hin? Ich weiß natürlich nicht so clever von mir. So hier aber. So. Ja danke. Ich will jetzt zum Pinsel hier. Ähm. Auswählen. Eigentlich müssen wir ihn nur umdrehen. So schnell. Ach komm wir drehen einfach um. Wir müssen einfach umdrehen. Irgendwie. Wir müssen einfach irgendwie umdrehen. Wir müssen einfach umdrehen. Nein ich will doch jetzt keine Route fahren. Mein Gott. Warte mal. Äh. Wie kann ich... Warte mal. Nein. Wie kann ich den jetzt jemand anders geben? Ich gehe nie wieder zu der Farm außerhalb der Stadt. Ich wurde von einer ganz gejagt, die mich die ganze Zeit angeschrieben hat. Ich will die Route nicht fahren verflucht. Wie kann man das denn ändern? Wie kann man das denn? Sie hat sich gestern beim Wandern den Knöchel gebrochen. Ja. Falsch rum. Verdammt. Falsch rum. Werbung. Was ist das denn jetzt hier? Chinatown. Ich wollte ja, dann können wir hier jetzt fahren. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Das sieht doch nett aus. Das sieht doch nett aus. Das sieht doch nett aus. So, dann haben wir das auch. Das sieht aus. 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 Oh, die mal mit ihren Berggegenständen. So. 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 Natürlich So, links herum So, links abkenn ich die Route Mh, mh Das ist ein komischer Bus Ja, dann fahren wir da hin So, ich möchte hier noch jemand einsteigen, aussteigen Nein, gut, dann fahren wir weiter So, Teilzeit haben wir aber noch nicht Das heißt, wir werden die Route noch weiterfahren werden müssen Weiterfahren müssen Doe mal mit uns Na komm, dann bist du eilig. Ich bin echt gespannt, wie das mit der Tram ablaufen wird, den ganzen Verkehr hier, vor allem mit den Gleisen hier, da bin ich echt gespannt, wie das funktionieren wird, ich freu mich auch tierisch drauf, das neue DLC, wie gesagt, für alle Season Pass Besitzer wird dieses DLC kostenlos sein, für alle anderen 19,99 Euro. 30. So. So. Wann ist da Marina? Ja? Sehr schön. So. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt weiter. Aber so langsam, so langsam habe ich es drin, wie das Ganze funktioniert. Jetzt ist das mit dem Fahren und abkassieren und so weiter. Wie gesagt, das mit dem Rücken erstellen, das muss ich mir noch ein bisschen aneignen, aber das kommt auch. Na, sehr schön. So geht Business. Trish und ich haben weitere Schritte besprochen. Als nächstes ist die Verbindung von Oakwood nach West Oakwood. West Oakwood ist eine gute Gelegenheit, ein Busunternehmen weiter auszubauen. Glückwunsch, du hast Seaside Valley freigeschaltet. Erlebe von Neuem das Flair Mitteleuropas oder zum ersten Mal. Setze den idyllischen Landschaften und der geschäftigten Stadt mit deinem eigenen Busverkehrsnetz die Krone auf. Du fühlst dich dieser Herausforderung gewachsen, dann geh in Softmenu und starte ein neues Spiel in Seaside Valley. Ja, das machen wir jetzt natürlich nicht. Zu besuchen. Er möchte jetzt auf jeden Fall ein Seniorenticket einfach verfahren. Neuem das Seaside Valley freigeschaltet. Ändere Route 3, damit sie Oakwood Stadtteil umfasst und die Route in der Nacht die höchste Ausladung umfasst. Ach Gott. Also wir müssen Route 3 ändern. Äh. Ach Gott. Äh. 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 Öh. Äh. Äh. Oh Gott. Was er auch gut? Wieso? So Brücke F Gute 3 Hauptverkehrszeit Zack Wenn Sie Sie gut anlegen, wozu ich Ihnen raten würde, fährt Ihr Unternehmen Gewinne ein. Sie machen sicher schon Gewinn, aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment aufgeht? Ich investiere, um zu investieren. Ist eine Art Hobby. Schon mal daran gedacht, in Aktien zu investieren? Und Sie hat noch eine Art Hobby. Und Sie hat die Behandlung von allen Informationen gegeben, wenn Sie die Behandlung nicht erfüllen können, wie Sie die Behandlung nicht erfüllen können. So So Das haben wir. Fahre eine Route bei Nacht, 19 Uhr bis 24 Uhr. Ja, das sind wir ja. Gut, dann machen wir das jetzt. Dann machen wir das jetzt noch hin. Seniorenticket, einfache Fahrt, Anna. Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Wir wissen, wo gleich ein Problem haben, Kollege. Tut mir leid, ich mache es leiser. Ach, ey. Okay. So. Oh. 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 Die normale Fahrcarte. Oh, oh. Ich bin zu spät, das ist natürlich schlecht. Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Hä. Hä? Hört, ist denn jetzt nicht kaputt? was läuft denn hier ab ja klar ich brauche ich mich auch manchmal da muss ich widersprechen es wäre am besten zunächst eine solide basis zu schaffen bevor wir weiter expandieren dann sollten wir unsere glückssträhne nutzen um eine solide basis aufzubauen ja das machen wir jetzt aber in einem der nächsten videos unsere nächste mission wird sein verbindet zwei routen mit transit terminal a plus h verbessern stufe der stadtteils west oberburg auf 2 verbessern stufe der stadtteils heilander park auf 2 ja das wie gesagt wer mit einem der nächsten videos machen ich wünsche euch noch einen schönen sonntag passt auf euch auf eine schöne zeit bleibt gesund bleibt mit toll bis zum nächsten mal euer der dinge spätas macht's gut ciao servus und tschüss